So, ich hoffe, jetzt können mich hier im Bereich alle verstehen. Noch mal zu eurer Information. Erst um zwölf Uhr werden wir in der Schule. Im technischen Grund ist das leider nicht anders möglich. Also behaltet euch hier vorne bitte ruhig, vor allen Dingen gedrängt sich. Vorne steht schon alles sehr eng gedrängt. Verhaltet euch hier ruhig, setzt euch auf dem Boden, feiert ein bisschen, aber bitte verhaltet euch ruhig und schweig. Vielen Dank. Vielen Dank.